Hallo! Schön, dass du dir dieses Video anschaust. Mein Name ist Pascal, Co-Founder der Eulen-IT. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Installation der 3CX-App auf einem Android-Smartphone oder Tablet durchführen kannst. Bitte öffne auf deinem Android-Gerät den Google Play Store und suche nach 3CX. Klicke nun auf die App 3CX Kommunikationssystem und anschließend auf den Button Installieren. Nachdem die App heruntergeladen und installiert ist, kannst du diese öffnen. Bei der ersten Benutzung wirst du einige Hinweise in Bezug auf die Mitteilungen und Zugriffe erhalten. Um die volle Funktionsvielfalt von der 3CX-App nutzen zu können, musst du alle Sicherheitsabfragen, wie zum Beispiel den Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera oder die Energieoptionen erlauben. Nachdem du die Lizenzvereinbarung durchgelesen hast, klicke bitte auf Zustimmen, damit es weitergehen kann. Im Anschluss wird dir noch einmal kurz erklärt, wie du deine Nebenstelle einrichten kannst. Der einfachste Weg ist das Abscannen des QR-Codes aus der Willkommens-E-Mail. Alternativ dazu findest du deinen QR-Code auch im Web-Client unter Einstellungen QR-Code scannen. Nachdem du den QR-Code abgescannt hast, bist du mit deiner Nebenstelle angemeldet, erreichbar und kannst telefonieren. Solltest du den QR-Code, so wie ich in unserem Beispiel, nicht greifbar haben, kannst du die Einrichtung auch mithilfe der Provisionierungsdatei aus der Willkommens-E-Mail durchführen. Öffne dazu bitte deine E-Mail-App und navigiere zu der Willkommens-E-Mail. Im Anhang befindet sich die Provisionierungsdatei, die du einfach anklicken kannst, um deine 3CX-App zu konfigurieren. Wir freuen uns über dein Feedback zu diesem Video, wünschen dir sehr viel Spaß beim Telefonieren und bei Fragen kannst du dich natürlich gerne bei uns melden. Viele Grüße, deine Eulen Vielen Dank.